Man gibt offener auf die Leute hinzu, weil man sich halt gut fühlt. Ich zaue heute Pancakes. Ich bin Jasmin, komme aus Wolfsburg, bin 23 Jahre alt und seit Ende August fleißig bei Side Zero dabei. Letztes Jahr habe ich das Programm gestartet aufgrund meines Übergewichts und ich wollte auf jeden Fall mein Leben ändern. Insgesamt waren es 17 Kilo, die ich abgenommen habe. Klar gab es mal Höhen und Tiefen. Ich habe ein paar Kilo auch mal wieder zugenommen, aber man weiß ja, wie es geht. Ich hatte im April eine OP. Daraufhin durfte ich zwei Monate lang keinen Sport treiben. Es hat mich schon ein bisschen zurückgeworfen gehabt, weil man natürlich mit dem Sport dann zurückging und mit der Ernährung auch. Man hat dann eher mal zu einem Fertigprodukt gegriffen, als wenn man sich jetzt noch drei Stunden in die Küche stellt, weil man dann voll geworden ist. Aber ich habe es dann nach den zwei Monaten wieder aufgegriffen und habe dann wieder durchgestartet. Und natürlich der Sommer ist gekommen und man wollte natürlich abrechnen. Die Side Zero Army, die ist super. Und zwar dadurch habe ich viele Freunde auch in meiner Umgebung kennengelernt. Am Anfang eher weniger, weil es natürlich noch nicht so Publik war in der Öffentlichkeit. Aber im Nachhinein habe ich sehr tolle Freunde kennengelernt. Auch Leute, die 500 Kilometer weit weg wohnen. Wir versuchen schon vier, fünf Mal im Jahr ein Treffen zu organisieren. Jetzt erst letztens im Mai haben wir bei uns in Wolfsburg ein tolles Treffen gemacht. Da waren 20 Leute da und das ist einfach super. Dieser Zusammenhalt ist wie eine kleine Familie schon. Man sollte dann die Sachen anpacken und durchstarten. Auch wenn es einem zurückfällt, wenn man einmal hinfällt, man sollte wieder aufstehen. Man weiß ja, wie es geht.